herzlich willkommen liebe kläscherinnen und kläscher bei mir den 1000 akutu beim klan ich bin im klaren her ihr seht das hier und ich bin auf dem account von looter es ist der dreißigste hier im klankrieg gewesen und der krampf oder kampf der engys eigentlich wollte ich das thema nicht noch mal aufreiten aber ein bisschen ging mir das hier gegen den strich muss ich sagen und hier nahm das mal so richtig überhand also ich musste ich habe das ganze echt belächelt habe gedacht alter hier kämpfen nur engys gegeneinander also nicht nur engys aber ihr seht das hier das ist ein engineered account oder ein sogenannter kriegs account wie man auch immer nennen will und ja so eine wirklich gute truppe hat er hier auch nicht also ich möchte hier jetzt auch nicht auf den leuten herum reiten aber ihr wisst ich bin eigentlich gegen dieses engineered und ist das gibt es tatsächlich immer noch also das ist natürlich kein engineer das ist ein ganz normaler rathaus 7 account aber hier aber manche eigentlich dann müssen auch mal nach kommen nein es kommt wieder ein elfer und auch nur mit 220 truppen also ich weiß nicht was das soll muss ich muss ich mal ganz ganz ehrlich so sagen und ihr seht das schon so ein bisschen ist das natürlich an den comic helga angelehnt also hier seine frau die helga immer der account ist schon so ein ganz kleines bisschen besser aber auch erst 25 truppen und sind verehrlich mit sonnart ja ich meine mit mit so einer armee was machst du da mit mit was wird er angreifen er kann nur luft ja mit sechser drachen oder halt zwei jahrhunden und sieben er geht hier nicht auf seinem account alles andere ist ist mal dahingestellt und ich will nicht sagen dass es noch schlimmer wird aber ich gehe ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen bisschen durch und ja mal ein achter würde sogar fast sagen er ist max und aber ihr seht das hier und der gegner sah nicht anders aus ja also kann ich euch sagen der gegner sah nicht großartig anders aus und ja wie willst du wie willst du dem eigentlich ein riegel verschieben keine ahnung richtig krass wird es dann noch mal im oberen bereich denn da sehen wir so ein bisschen dass dann auch mal so ein ganz kleines bisschen nach hinten losgehen kann und dementsprechend ja hier sind wir im relativ normalen bereich wo ich mich ja auch so ein bisschen befinde also das ist auch ein energy keine entfernt und deswegen tue ich mich im moment in diesem klang kriegen hier auch sehr schwer wenn ich mit dabei bin ich kann nämlich hier nicht mehr wirklich was reißen ich kriege immer hölleschwere gegner und die energies machen natürlich solche sachen hier oder halt sie machen so eine base ihr seht das das ist jetzt mal der base die hat hier immerhin schon mal ein paar infernos aber wenn man noch ganz kleines stück weiter nach oben gehen wir auf den zwang glückspilz da wird das mal so richtig krass ich meine das ist ein ratos zwölf und er ist ja an siebter stelle gelistet wir gucken uns die base einmal an und ja es ist ein ratos zwölfer ohne infernos aber mit einem adler also irgendwie hatte den adler hier reingekriegt keine ahnung wer das gemacht hat und wir das speichern konnte aber er hat wahrscheinlich essen adler gebaut hatten dann hier reingesetzt hat gespeichert hatte aber die entfernt noch nicht rausgebracht irgendwie so muss es ja gelaufen sein denn in seiner normalen base also in seiner farm ist hat er die entfernte nur hier hatte nie gesagt jetzt bearbeite ich diese bs mal sollte er vielleicht machen denn meine als siebter kassierst du hier natürlich immer drei sterne wir gucken uns mal sein gegenüber an so ein bisschen guckt man ja immer nacht nach dem gegenüber oder orientiert sich so ein bisschen an sein gegenüber und wir sehen dass der gegenüber hier schon etwas besserer ratos zwölf ist also auch nicht so wirklich gute gucken einfach mal rein der uli die wesentlich gemacht hat dann haben wir auch ein bisschen clash of clans und nicht nur bildes rum geschimpft vom toto auf die engineered accounts ja wie wie kommt man den bei keine ahnung vielleicht kommt super selder doch mal auf den trichter so nach dem motto du darfst erst in den klankrieg wenn du alles gebaut hast punkt erst dann bist du wieder für den klankrieg zugelassen und dann verschwinden die ganzen accounts natürlich weil sie a nicht mehr mitspielen dürfen und b wenn sie damit spielen wollen dann müssen sie auch etwas tun nämlich ihre basis ausbauen beziehungsweise die gesamten gebäude bauen und auch hinstellen nur so glaube ich kommt man den irgendwo bei ich habe die tage auch mit dem dem ollie darüber diskutiert was kann man eigentlich machen oder wie kann es eigentlich weitergehen so einen kleinen regel haben sie ja nun schon davor geschoben denn das wisst ihr wer jetzt sein rathaus auf einen engine account hat und möchte jetzt seine rathausstufe anheben und hat noch nicht alles gebaut er muss jetzt alles bauen natürlich noch nicht in der kriegsbase die kriegsbase kann leider so bleiben ja das betrifft ja nur die farmbase solange du deine kriegsbase nicht anpackt und die kriegsbase veränderst bzw versuchst zu verändern bleibt die erst mal auf dem alten stand und darf im klankrieg teilnehmen das ist leider so deswegen gibt es natürlich immer noch die kriegsbasis hier die also keine entferntes haben kein adler haben und auch tatsächlich rathaus 12 sein können ja keine frage die farmbase sieht dann ganz anders aus da ist dann da muss dann adler drin sein wer rathaus 12 da muss ein entferner drin sein der rathaus 12 ist und also wenn man von 11 auf 12 gegangen ist nur hier in der kriegsbasis muss das nicht sein da kann es da kannst du nach wie vor relativ weit unten gelistet sein bringt aber hier in dem fall jetzt 77 den vergleich den wir gerade hatten bringt das nicht so wirklich was aber glaube ich ganz schön gemacht der uli hier nummer neun auf nummer sieben auf den neo und ja ich hätte ich jetzt fast nicht gedacht dass das wir den klankrieg überhaupt gewinnen hier denn wie gesagt das war echt schlacht schlacht und krampf der endg es ist ja dann auch der hammer und aber ihr seht dass hier so eine base ist natürlich schnell gemacht ja und wie gesagt der gegner sah nicht großartig anders aus ich muss mal eben reinschauen ich hatte mir vorher schon mal so die eine andere base raus geschaut hier seht ihr seht ihr seht also was was der meisen gemacht hat ist auch ein rathaus 11 meistens auch ein rathaus 11 und 11 auf 11 hier nur auch diese bs hier hat keine ja sie hat keinen entfernt und hat auch keinen adler also wenn der kollege jetzt hoch geht das ist das eigentlich was eben aus meinem beispiel kam wenn der jetzt also auf ratos 12 gehen will dann muss er den adler bauen und muss die beiden in fernos auch aushauen 4 x bogen hat er das passt also und bei der kollege diese ganzen bases haben dann natürlich in der regel immer max teslas und naja da war dahingestellt aber wie gesagt er muss das dann nicht in seiner krieg space bauen weil die base beim ratos 12 war das wisst ihr die wird nicht größer das heißt also die mauern anzahl ist die gleiche die verteidigungs gebäude sind natürlich nicht die gleichen es kommt ja ein tesla kommt dazu und ein paar kleinere pfeilen allerdings ich fast gesagt auch wenn das hier in zwölfer ist kann man darauf verzichten ich meine wenn er es gut macht dieser zwölfer hier dann baut er seine armelager auf 280 truppen aus und ist dann wahrscheinlich immer noch relativ tief gelistet mit den zwölfer hier vermutlich sogar vor ratos 11 allerdings habe ich das noch nicht gesehen dass elfer jetzt vor zwölfern sind vielleicht könnt ihr mir das in die kommentare schreiben dass ob sowas überhaupt dann an der stelle gibt oder ob das neue rathaus schon so eine starke gewichtung hat dass es in der regel vor elfern und vor zehnern ist das weiß ich tatsächlich jetzt auch nicht ich habe mich in verschiedenen clans umgeschaut und konnte da als so eine konstellation gar nicht entdecken er hat dann noch mal schöne kind durchgeheilt gar nicht mal schlecht aber gut gemacht hier an der stelle und ihr seht das hier 44 queen 13 also auch der meisen hier weiß genau welche truppe er level ich meine 13 er ging dass das rathaus starten neuen niveau nicht wirklich gut oder habe ich mich vertan tschuldig bitte oder habe ich mich vertan das tut mir leid ich sehe es gerade es war der gegnerische king sorry leute etwas verpeilt in der hitze aber halt hat er glaube ich auch ganz gut gemacht auf die engine base im oberen bereich wird es ein bisschen anders da haben wir und natürlich auch der gegner normale oder ich will mal sagen halbwegs normale bases gehabt ich muss mal hier immer kurz mal reinschauen was es hier für basis sind ja da hier sind wir schon im recht normalen bereich und mit adler mit netten infernos die noch hier im ausbau sind aber die base hier ist auch ist auch schön groß also ist keine 10er base ist schon eine elfer base von den mauern her ich zähl mal eben durch 1 300 jawohl und dann geht das hier auch mit dieser truppe ich glaube das haben wir schon viele truppen gesehen aber dieses hier ist mal baule only also ganz der verzicht auf hexen würde ich auch machen denn die beiden inferno türme stehen auf multi und haben multis und hexen vertragen sich nicht kann man sicherlich machen aber mit dem baule ist das glaube ich immer eine etwas bessere wahl dann oder man nutzt halt eine völlig andere truppe lufttruppen oder so da geht das eigentlich auch da sind dann eher single infernos noch anfälliger als die als die multis und auch wenn die jetzt ein feld weiter reichen hat es also zehn feld erreichen hat es für diesen gegner hier nicht gereicht sich zu verteidigen an der stelle sprung mal gucken wie gut oder schlechte noch gesetzt ist ja ist gut gesetzt weil die truppen jetzt auch ein bisschen außen rum rennen können aber man vertut sich ja das habt ihr jetzt bei mir in den folgen in den letzten auch öfter mal gesehen dass man vertut sich wie weit kommt meine karre und brauche ich ein sprung brauche ich zwei sprung vielleicht gar kein sprung keine ahnung wenn ich nun in die base rein will als beispiel mit hochradern dann lasse ich die karre einfach fahren und tanken und erledige das was ich zu erledigen habe nämlich queen und vielleicht noch ein paar verteidigungsgebäude die ich rausnehmen kann und dann erledigen den dass die hox das heißt also ich habe fünf heilsauber dabei beziehungsweise als ratos für für sogar sechs hätte ich dann dabei und hätte dann auch so den erfolg aber ich glaube hat er ganz gut gemacht hier der speedy auf die nummer 9 auf den grid ihr habt es haben gesehen ich hatte dort der brücke abgebildet ja alles das was ihr jetzt in der ersten august woche von mir seht ist so ein bisschen vorgedreht denn ich bin zu dem zeitpunkt dann vermutlich schon weg oder beziehungsweise ich habe urlaub und es geht dann auch weg und deswegen habe ich so ein bisschen ich habe so ein bisschen vor gedreht oder haben wir den uli noch mal das wenn hier sehen wir mal was man mit seiner truppe denn auch machen kann 50er queen 70er worden ja wie gesagt ich bin dann ich habe zurzeit urlaub und bin auch irgendwann mal weg und ja das vielleicht im thumbnail erkannt auf welcher insel ich mich denn rum tummeln also wer wer die brücke kennt kennt auch die insel also ich weiß ja nach wie vor nicht wie oft ich schon da war aber es hat uns mal wieder so ein bisschen dahin gezogen wir sagen zwar seit jahren wir fahren nicht weg aber das kriegen wir nicht hin wir fahren immer weg und deswegen vielleicht treffe ich ja den ein oder anderen ich werde euch auf meinen anderen sozialen accounts so ein bisschen auf dem laufenden halten vielleicht mal das eine oder andere schöne foto schießen und vielleicht trifft man sich ja sogar vor beziehungsweise im letzten jahr habe ich dort zwei clasher getroffen und ganz ganz witzig allerdings waren das ganz harte nachtdorf spieler also die waren tatsächlich in einem clan die ganz ganz stark das nachtdorf bespielen und mit dem habe ich so ein bisschen auf der bank gesessen ein bisschen diskutiert bisschen geclasht hat sie so ein bisschen ausgetauscht war ganz nett also das war nicht geplant sondern das war dann eher zufällig weil ich gesehen hatte dass die am klischen waren während wir so ein bisschen auf der bank uns ausgeholt haben und ja vielleicht trifft dann trifft man sich ja keine ahnung die welt ist nicht groß und man sieht sich immer ein zweimal keine ahnung aber der zwang glückspilz hier ja ist gar nicht mal so schlecht jetzt das war jetzt schon ist eigentlich schon zwölf auf oder doch zwölf auf zwölf gewesen sein hier und von daher ratos hat er erwischt hat am ende ein bisschen pech ja war ja eigentlich hat er noch hat er noch am ende ganz ganz gut hier was im petto queen ist auch noch zündbar hat allerdings jetzt ein bisschen beschuss aber der eine heiler schafft das nicht oder die eine heilerin schafft das jetzt nicht mehr die queen hoch zu heilen vor allen dingen nicht wenn die im inferno strahl ist und dann auch noch beschuss von einem xbogen und einem magentur bekommt da war es das aber war auch ganz schön knapp muss ich mal so sagen also vielleicht geht die rechnung oder in diesem klang krieg ist die rechnung ja so ein bisschen aufgegangen nummer sieben macht nummer drei aber nummer sieben der sven ist natürlich immer jemand drei sterne der kassiert einfach immer drei sterne wer gegen die base von sven keine drei sterne schafft der soll einpacken gehen so hätte ich mal fast gesagt und das sollten zumindest neuner zehner elfer zwölfer sowieso hinbekommen aber da ganz gut gemacht hier mit 93 prozent auch recht hoch hoch abgeliefert und hier im oberen bereich da sprechen wir natürlich von eins auf eins in der regel oder sehr sehr häufig und wir schnappen uns hier den namensgeber dieses clans den helga noch einmal mit lufttruppen super sache hier die drachen habe ich bisher auch noch bisher erst einmal benutzt nämlich als ich meine kaserne ausgebaut habe sonst habe ich die noch nicht wieder in benutzung gehabt und ich werde sie jetzt aber irgendwann auch mal bauen denn ich habe mittlerweile zwei kasernen fertig wird jetzt auch irgendwann die dritte starten dann dauern die auch nicht mehr so lange die sie dauern jetzt zwölf minuten und wenn man alle vier kasernen hat dann dauern sie nur noch sechs minuten und dann kannst du auch mal so eine armee bauen finde ich und ich werde sie ja mal sehen ob ich sie jetzt so ein bisschen vielleicht mal zum farm nehmen oder so keine ahnung weiß ich noch nicht aber ich bin eigentlich auch mal scharf drauf die elektro drachen zu zu benutzen er blitzt hier noch eine luftabwehr da hinten okay also habe ich das auch nicht gesehen aber nimmt jetzt schon ziemlich viel raus aus der base hier und kommt ihr jetzt schön verteilt mit den loons auch und mit den elektro drachen hier rein hat kein kein luftschiff hier genutzt sondern hat hier plane glaube ich noch ein elektro drachen und nun oder zwei loons in der clan book ab das sehen wir gleich wie er das eigentlich gemacht hat hier schön den friester angesetzt noch mal jetzt einen allzauber okay für die loons und auch für die drachen die dann im mitte sind die machen echt nicht schaden mein lieber mann ich meine hier in der mitte stehen die gebäude jetzt nicht nicht so schön eng adle immer noch am leben jetzt ist die art ordentlich weg aber wenn die elektro daran so ein bisschen zusammenbleiben und immer mehrere gebäude haben hier hat man das jetzt gerade ganz schön gesehen maximal fünf ziele können sie anvisieren und auch hier sieht man das am ende machen die dann auch mal richtig richtig schaden wenn sie dann kaputt gehen mit ihrem endblitz mal sehen ob der elektro drachen ja alle 44 gebäude echt echt nettes ding jetzt hat er hinten noch mal zwei baby drachen gehabt und noch mal so ein bisschen was wissen was abzulenken hier vom elektro drachen und ja jetzt wird es natürlich immer aber ihr seht die sind echt langsam die sind echt langsam und muss wirklich die masse haben aber auf drei haben die schon auch nette heal points hat man gerade gesehen ich meine das war es jetzt mit den zwei luftbomben aber super sache hier 89 prozent von heger vom gleichnamigen klan heger auf die base hier und ja schönes ding schön gewonnen hier jetzt mit meinem handy mal wieder und das ist dann immer das zeichen zum aufhören nein also 85 82 wir sind auch aktuell wieder im klank gegen ihr seht das hier die säbel rasseln und also wie gesagt alles das was ihr jetzt in der ersten august woche seht ist so ein ich jetzt natürlich nicht mehr so super aktuell für euch bei den klaren kriegen bei sein könnte ihr werdet dann lasst euch überraschen was ich für euch noch habe ihr werdet auf jeden fall so jeden zweiten tag denke ich mal von mir mit einer folge beglückt und dann geht das irgendwann bitte august wieder relativ normal mit mir weiter bis dahin schönen urlaub für alle die auch mit mir urlaub haben euer tuto